The Notebook-Star Gina Rolands verstirbt mit 94 Jahren Große Trauer um Gina Rolands Die Schauspielerin stirbt heute im Alter von 94 Jahren Das berichtet unter anderem Deadline Sie soll in ihrem Haus in Kalifornien im Kreise ihrer Familie verstorben sein Genaue Details zu den Todesumständen sind bisher nicht bekannt Aber schon vor ihrem Ableben kämpfte die US-Amerikanerin mit gesundheitlichen Problemen So litt sie unter anderem seit einigen Jahren an einer Alzheimer-Erkrankung Ein Statement der Familie steht derzeit noch aus Gena, Kreuz 94, wurde dank ihrer Rollen in Filmen wie The Notebook, Eine Frau unter Einfluss und Wie ein einziger Tag bekannt Ihre Darstellungen wurden unter anderem mit Nominierungen für vier Emmy Awards, zwei Golden Globes und sogar zwei Oscars belohnt Letztere erhielt sie auch für ihre Performance in dem Drama Eine Frau unter Einfluss, an dem sie zusammen mit ihrem Mann John Cassavetes arbeitete Die Filmbranche lobt die beiden bis heute als ein Paar, das Hollywood maßgeblich prägen konnte 2015 beendete Gena ihre Karriere und ging in den Ruhestand Mit ihrem John war Gena bereits seit 1954 verheiratet Kennengelernt hatte sich das Ehepaar an einer Universität in New York City Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, die allesamt in die Fußstapfen ihrer Eltern traten Sohn Nick wurde wie Papa Regisseur, seine beiden Schwestern sind als Schauspielerinnen tätig John starb bereits im Februar 1989 an den Folgen einer Lieberzirrhose Das ist Leibzirrhose, seine beiden Schauspielerinnen מדgerungen Vielen Dank.